so liebe freunde heute hier mal kurz durchlauf mein training das war für mich heute absolut super trotz schlechten wetters mit zweimal 50 kilo von schnell zehn meter gelaufen wir haben das auch abgemessen soweit ich weiß gibt es da noch keinen der das gemacht hat wo zumindest ist kein mit videobeweis und ja das schwere an den schnell scheiben ist halt 50 kilo ist erstmal sowieso schon schwer und dann ihr seht da ist kaum eine kante dran also ist ganz minimal und deshalb ist die wirklich schwer zu heben da braucht man wirklich sehr sehr kräftige finger unterarme eigentlich weniger kräftige finger würde ich sagen ja da war ich sehr zufrieden heute mein kumpel probiert sie mal mit beiden händen und ja der war schon ein bisschen erschrocken konnte sie kaum mit zwei händen heben und auch gut der ist auch ein bisschen älter aber ist halt auch wirklich schwer ja ja hier habe ich 150 nur mal mit der achse gehoben ganz kurz im aufliegen kurz weg vom boden ich wollte das einfach mal in den händen spüren weil ich zurzeit nicht mehr schwer heben darf ich muss pause machen bis zur op hier in feed links zweimal 20 kilo glatt und rechts 20 kilo oder habe ich dann zweimal geflippt das war schon eigentlich ein super feed aber das hat mir persönlich noch nicht gereicht und deshalb habe ich noch mal probiert ich wollte unbedingt drei machen also noch mal links zwei 20 kilo rechts 20 ja und dann ging auch drei das schwere ist halt dass das link gehalten von den 220 kilo scheiben ja um mal zu zeigen mein kumpel hier der ist sehr sehr stark er hat hier versucht die 220 kilo scheiben zu heben und ihr seht da passiert irgendwie so gar nichts und der ist wirklich stark er hat auch sehr starke fingerkraft ihr werdet das nach nachher sehen also der hat der hat ich glaube gar nicht ich weiß gar nicht ob ich das hier mit dem video drin habe der hat auch die 250 kilo scheiben gehoben also war sehr sehr stark aber hier war überfordert ja dann haben wir so ein kleines battle gemacht wir machen öfter solche spielereien mit der 20 kilo scheibe da hat er zwei flips geschafft glaube ich dritte ging nicht mehr ja dieses fünf zentimeter dick 20 kilo und wir machen solche spielereien öfter weil die einfach es macht erstmal spaß und es steigert enorm natürlich die die griffkraft ja und ich habe natürlich da als als in anführungsstrichen experte muss ich da natürlich gas geben und ich glaube ich habe ich habe ich weiß das gar nicht ich muss jetzt mal selber her mitzählen ich glaube ich habe 14 gemacht oder so aber es lag halt nicht an der kraft ich wollte eigentlich 20 machen ich habe nicht richtig gegriffen das war das problem ist mir aus der hand gefallen war ich die scheibe nicht da sagt da war ich zu langsam aber ich glaube 14 also egal ja und solche spielereien bringen richtig kraft ne und zum abschluss nach zweieinhalb stunden training habe ich draußen in schuppen noch mal versucht die 50er scheibe zu heben und zwar mit dem zusatzgewicht das waren 56 kilo die schnellscheibe mit der linken hand und ich habe gestaunt ich konnte die tatsache vom boden noch mal wegheben